Der Doge war das Staatsoberhaupt der Republik Venedig. Abgeleitet ist die Bezeichnung aus einem Begriff der römischen Verwaltung. Ab dem 4. Jahrhundert war bei den Römern dux die Bezeichnung für den obersten militärischen Befehlshaber einer Grenzprovinz. Ursprünglich war der Doge ein lokaler Stellvertreter des Ex-Eichen von Ravenna, der wiederum der Stadthalter des Byzantinischen Reiches in Oberitalien war. Mit der Emanzipation Venedigs von Byzant wurde der Doge zum Herrscher einer Stadtrepublik. Der Doge vereinigte sowohl militärische als auch richterliche Funktionen, sodass das Amt im frühen Mittelalter eine fast uneingeschränkte Macht besaß. Dies wurde 1132-1148. geändert, als dem Dogen der Große Rat und später der Rat der Zehn zur Seite gestellt wurden. Letzterer war so etwas wie die oberste Kontrollinstanz. Von da an war das Amt des Dogen eher repräsentativ, der militärische Oberbefehl blieb ihm aber. Der letzte Doge, Ludovico Manin, dankte am 12. Mai 1797 ab, nachdem sich der Große Rat zuvor selbst aufgelöst hatte. Wahlverfahren Das Verfahren der Dogenwahl wurde im Laufe der Zeit immer komplizierter. Genügten 1172 bei der Wahl des 39. Dogen, Sebastian Oceani, noch zwölf Wahlmänner. So brauchte man bei der Wahl seines Nachfolgers schon ein 40-köpfiges Wahlkollegium. Die Sorge der Familien. Es könnte einer unter ihnen die Herrschaft an sich reißen und nach dem Muster anderer italienischer Städte eine Familiendynastie durchsetzen. Führte zu einem komplizierten Verfahren, mit dem man Wahlmanipulationen ausschließen wollte. Das Wahlsystem selbst war eine Mischung aus Zufallsentscheidung durch das Los und einer öffentlichen, freien und sorgfältig durchgeführten Beratung und Beschlussfassung. Wählbar waren Mitglieder des Großen Rates, von denen jeder eine Loskugel in einer Urne deponierte. Auf dem Markusplatz wurde ein etwa 10-jähriger Knabe ausgesucht, der aus der Urne 30 Loskugeln zog. 30 Kugeln wurden durch Los auf 9 reduziert. Diese 9 wählten 40. 40 wurden durch Los auf 12 reduziert. Diese 12 wählten 25. 25 wurden durch Los auf 9 reduziert. Diese 9 wählten 45. 45 wurden durch Los auf 11 reduziert. Diese 11 wählten 41. Die 41 nominierten den Dogen zur Billigung durch die Versammlung. Punkt. Das Quorum für die Wahl des Dogen war 25 Stimmen. Der Ballottino gehörte nach der Wahl zum Gefolge des Dogen. Der Doge konnte von der Signoria abgesetzt werden, es war ihm aber verboten zurückzutreten. Die Amtszeit galt unbegrenzt bis zum Tod des Dogen. Kleidung Seit dem 14. Jahrhundert wurde der Doge mit dem Kornodokale einer besonderen Art von Krone bekrönt. Der Kornow ist eine steife Kappe mit einer hornartigen Spitze und einem kronenartigen Metallring. Er wird einerseits auf die Kopfbedeckung der Fischer, andererseits auf den Herzog Schatt zurückgeführt. Unter dem Kornow trug er die Kufia, eine Mütze aus feinem Leinen. Die Krönungskappe Zogia war aus Brokat und mit Edelsteinen geschmückt, während der übliche Kornow aus weniger kostbarem Material hergestellt wurde. Bei der Krönung trug der Doge über einem langen Untergewand, der Dogalina, die mit einem schmalen Gürtel mit goldener Schnalle gegürtet wurde. Einen weiten Umhang mit einem pelerinenartigen Kragen aus Hermelin Fell, dem Bavaro. Zum Gewand des Dogen mit Stehkragen gehörten die auffallenden Knöpfe, die Campanoni d'Oro. Die private Kleidung entsprach der Alltagskleidung eines venezianischen Nobile. Die Dogaresa trug eine kleinere Kappe. Begräbnisstätten Fast alle Gräber von Dogen befinden sich in venezianischen Kirchen. In San Zanipolo allein 27. Das Grab von Enrico Dandolo befindet sich in der Hagia Sophia in Konstantinopel, Liste der Dogen von Venedig.